Hallo und willkommen auf meinem Kanal, Marcel darf es. Willkommen zu Gewinnspielauflösung mit Special Gast, Mia. Ja, natürlich. Aber nee, Spaß, kommen wir mal auf den Punkt. Ich wollte mich mal bedanken, nochmal bei den Leuten, die das mitgemacht haben, bei meinen Abonnenten. Bei allen anderen, die es mich halbgreifig unterstützen, ich seid die Besten. Und ohne euch würde es den Kanal gar nicht geben, weil... Was wäre es ohne die Two-Show? Ist ja die Basis, das Kanal, so. Danke. Ich würde sagen, jetzt sehe ich, wer gewonnen hat. Und gewonnen hat Niki Platt. Herzlichen Glückwunsch erst mal. Und hier seht ihr noch die Liste von den anderen, die es mitgemacht haben. Auch an euch. Freiklück fürs nächste Mal. Nicht verzagen, es wird immer wieder Gewinnspiel geben. Ihr wisst, den Stufen von Abonnenten, was ich bekomme. Also, ich würde sagen, danke nochmal für die, was du geschaut hast. Und ich sage, ciao Leute, bis bald. Ciao, ciao.